Ich lerne Deutsch. Nummer 14159 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Zuerst sollte die grobe Struktur geplant werden. Dann werden wir die Details besprechen. Zuerst sollte die grobe Struktur geplant werden. Dann werden wir die Details besprechen. Dankbarkeit ist ein Gefühl oder eine Haltung der Wertschätzung für etwas oder jemanden. Dankbarkeit ist ein Gefühl oder eine Haltung der Wertschätzung für etwas oder jemanden. Dankbarkeit ist ein Gefühl oder eine Haltung der Wertschätzung für etwas oder jemanden. Im 16. Jahrhundert wurden in Deutschland die ersten Apothekerschulen gegründet. Mal sehen, wer schneller unten ist. Wir beide schaffen das. Mal sehen, wer schneller unten ist. Wir beide schaffen das. Mal sehen, wer schneller unten ist. Der Dirigent führte das Orchester mit virtuoser Präzision. Der Dirigent führte das Orchester mit virtuoser Präzision. Betont, dass der Dirigent das Orchester mit meisterlicher Genauigkeit und Kontrolle leitete. Freundschaft zwischen den Ländern ist der Schlüssel zu einer friedlichen und harmonischen Welt. Freundschaft zwischen den Ländern ist der Schlüssel zu einer friedlichen und harmonischen Welt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte den Kanal.